Hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender Gewinnspiel. Heute zu gewinnen ein Liter Quartz Clean Nano mit dem passenden Sprühkorb und ein Streak Buster Scheibenreinigungstuch. Um dieses Set zu gewinnen müsst ihr eine Frage beantworten und zwar wie viele Akku Poliermaschinen haben wir in unserem Sortiment? Wenn ihr die Antwort wisst schreibt die Antwort einfach unten in die Kommentare rein und mit ganz viel Glück könnt ihr dieses Set gewinnen. Viel Spaß und viel Erfolg. Tschüss. Ciao.